Richard Lugner 91, das ist zur Todesursache bekannt. Richard Lugner ist tot. Woran starb der Bauunternehmer? Am Vormittag des 12. August 2024 wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Richard Lugner im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling verstorben ist. Laut Medienberichten sollen Rettungskräfte noch versucht haben, den millionenschweren Bauunternehmer zu reanimieren. Ohne Erfolg. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Laut seiner Ex-Frau Christina Lugner sei er jedoch nicht mehr aufgewacht und friedlich anschlafen. Erst am Wochenende zuvor war Richard Lugner aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es geht ihm wieder gut, gab seine Ehefrau Simone Bienchenreilender noch Entwarnung. Mit der Infusion ging es ihm gleich wieder erheblich besser. Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tipptopp in Form ist. Simone war es auch, die Lugner am Montagmorgen leblos aufgefunden und den Notarzt gerufen hatte. Ob der Tod des Bauunternehmers womöglich auch mit seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt zusammenhängt, ist nicht bekannt. Punkt Not-Opair und starke Schmerzen, Richard Lugner hatte zuletzt gesundheitliche Probleme. Richard Lugner hatte allerdings schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, in Anbetracht seines hohen Alters nicht ungewöhnlich. In den Monaten vor seinem Tod musste er mehrfach ins Krankenhaus. Sein Leben genoss er aber auch weiterhin. Erst am 1. Juni 2024 hat er zum sechsten Mal geheiratet und seiner Partnerin Simone Bienchenreilender das Ja-Wort gegeben. Sicher meine letzte, so der Opernballstar. Am 11. Oktober, es wäre Lugners 92. Geburtstag gewesen, wollten die beiden Groß-M-Wiener Stefansdom feiern. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen, schon bei der Hochzeit ging es ihm schlecht. Richard Lugner hatte mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen, die schließlich so unerträglich wurden, dass er ein Krankenhaus aufsuchen musste. Auch nach der Entlassung blieb er angeschlagen. Mir geht es nach wie vor nicht gut, aber ich bin seit einer halben Stunde wieder zu Hause. Ich hoffe sehr, dass es bald wieder besser wird, gab er Mitte Juni ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Etwa ein Monat später dann der nächste Schock. Richard Lugner musste aufgrund eines Risses an seiner Herzklappe notoperiert werden. Doch der 91-Jährige war zäh. Nun kurz nach der Operation im Universitätsklinikum in Wien meldete er sich schon wieder zu Wort und erklärte, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von My Fair Lady bei den Seefestspielen in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins Ack gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat. Das musste man sofort machen, weil es schon lebensgefährlich war. Dass er nicht mehr lange zu leben hat, wusste Richard Lugner jedoch. In seinem letzten Interview verriet er, dass er sich bereits um seine Beerdigung gekümmert hat. Meine Erben sollen wissen, was einmal zu tun ist. Ich habe auch schon meinen Grabstein bestellt. Ausrufezeichen.richard Lugner Beerdigung findet am 31. August statt. Nach Richard Lugners Tod am 12. August heißt es für seine Lieben nun Abschied nehmen. Wie aus der Todesanzeige des Baulöwen hervorgeht, die auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Lugner City veröffentlicht wurde, findet die Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung am 31. August 2024 um 9 Uhr im Wiener Stephansdom statt. Wie die Familie in einem gemeinsamen Statement schreibt, seien alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich schon jetzt in ein Kondolenzbuch einzutragen. Ein Kondolenzbuch liegt ab sofort auf unbestimmte Zeit in der Lugner City am Hauptplatz auf und bietet allen die Möglichkeit, ihre Anteilnahme auszudrücken. Für jene, die nicht persönlich kommen können, wird es auch ein Online-Kondolenzbuch geben, heißt es dazu in dem Beitrag. Ablauf und Gästeliste. Auch der Ablauf der Trauerfeier steht bereits fest. Wie O24. Es berichtet, wird Lugners Leichnam nach der Verabschiedung und öffentlichen Aufbahrung im Stephansdom in einem Auto um die Ringstraße gefahren und anschließend zum Einkaufszentrum Lugner City in Wien Rudolfsheim 5 ausgebracht, womit der öffentliche Teil der Trauerfeier endet. Anschließend findet die Beisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis in Richard Lugners Lieblingskirche Karsgraben in Wien-Döbling statt. Die finale Gästeliste ist noch nicht ganz fertig, heißt es. Zur Trauerfeier sollen aber unter anderem Promi-Arzt Arthur Worsig, Schauspieler Alfons Heider, FPÖ-Pollektor Norbert Hofer und Verleger Christian Mucha erwartet werden. Auch einige Ex-Partnerinnen wollen persönlich Abschied nehmen. Dazu sollen Nina Bruckner, Lydia Kellowitz, Daniela Kennedy und Bahate Venus gehören. Richard Lugner wird im Familiengrab beigesetzt. Damit alles nach seinen Wünschen und Vorstellungen abläuft, hat Richard Lugner seine Beerdigung vor seinem Tod genau geplant. So hat er nicht nur seinen Grabstein selbst ausgesucht, sondern auf dem Grinzinger Friedhof auch eine Familiengruft bauen lassen. Neben Richard Lugner sollen darin auch seine Ehefrau Simone Reiländer, die er erst am 1. Juni geheiratet hat, so wie seine Kinder Alexander und Jacqueline mit ihren Partnern Platz finden.